heute kommt zu einer weiteren Folge Prozent dauerst es sofort zwei zusammen mit einem Ausstattung Köln Wisch ich auch sicher alle drei die Kitas wir sind wohl es war er hat die ganze Zeit so an die Prozent der Schöne ist der Leon immer wenn ich bei ihr wartet Polizmater er hat sich bei der Nähe ausgesucht die Zeit und zwei Jahre alt sind lang ist noch nicht ehrlich losgehen aber hier so gut steht oder so was da gut den Köln Röschel durchlaufen wenigstens eine gute nachdenken den Menschen wir sind mit Dr. Leon okay die Heilige ich kenne keine Angelegenheit gestorben kann ich so weit weg von diesem Prozent wenn man rausgeht aus dem Prozent aus der aus der Welt auch so sagt es doch vorher Ruin müssten da doch aus können oder die haben doch immerhin auch nicht an Sauerstoff ich bin ja draußen ich war draußen stand die ganze Zeit bin ich gestorben mich ein Schritt weiter gedrückt aber verstehe ich jetzt immer noch nicht warum da jetzt um 350 sind obwohl ich 250 eingestellt ach weil 100 ja ich stehe jetzt nicht über 150 ein dann müsste 250 sein wer ist Schinkenwurst danke Tobias haha Tobias hat sich über Schinkenwurst verschrieben der Schott die vor den Rücken geboren Tobias hat sich über Schinkenwurst verschrieben Alter Tobias komm roll dich oh wir sind jetzt wieder 6 gegen 6 AD nimmst du auch dabei okay hab ich gar nicht bemerkt okay das gut Hauptsache Tobias verschreibt sich erst mal bei Schinkenwurst Leon dies ist natürlich was er geschrieben hat ne er hat die Schinkenwurst geschrieben ha 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 ich weiß nicht mehr Schinkenwurst was schreitig ehrlich Alter Tobias Schinkenwurst Schinkenwurst Lennart du bist so ein Horst das bringt nichts weiß ich nicht Bist du ein Horst Schinkenwurst Schmerz erst mal die Maus weg geil da vorne kommt das gris hier in den Wurst Julian das war bestimmt Ablenkungswandel ja klar Daniel soll hier verwirrt sein ob er sich sieht ob er sich sieht Hallo Ben Alter jetzt hab ich schon zwei ich hab noch gerade alle geworfen ich hab noch gerade alle geworfen ich hab mich ja toll ich hab mich ja toll wir können so ein Spacken wir können so ein Spacken ich hab noch nie du bist ich hab noch nie jetzt hab ich Rocket Launcher naja einfach mal er hat sich immer noch nicht verbessert der Tim mir noch Li äh äh z Miii z Miii da gibt's Mitteldroid Oja ja da ist nur ein Mitteldroid aber der macht alles down wo ist er er namens Lenart er ist du ja ne ich soll nicht Die Druidikas gehen übelst ab mit Jay, und die übelst galtet LULUL! Yes, hab ich noch gekriegt Gut, Yula Nee, nee, ich bin nicht tot LUL! Hab ich grad... Oh, ich hab grad Team gespielt Kupia, du musst da hochlaufen, das ist ein Sniper Das ist überall Sniper LEUT, da ist die Druidika hinter! Das war die Druidika! Sorry, Tim Ach, nee Tür zu, Leute, mach doch die Tür zu! Boah, die Spasten, Alter Warum machen die denn nicht einfach mal die Tür zu, wenn... Wenn, wenn, ne? Boah Daddy, was geht bei dir? Echt ein bisschen live gezogen, oder? So Hä, wo's war ich denn jetzt auch hier? Oh, da war das auch was! Hm, ja, Lena Lennart Wir lachen uns jetzt alle mal kaputt Ah, ha, ha, ha! Tobia, schieß doch! Ich hätt grad links so ne komische Anzeige, die hab ich noch nie gesehen Ach, Lennart bist du da? Ja Äh, geh das übrigens mit dem Command Post ein... Ich geh vor, was du geile Sau Geht, äh, Command Post einnehmen eigentlich schneller, wenn mehrere Einheiten da sind? Ja Ich glaub ja Oh, ich hab... Oh, ich hab... Leute, ging grad das Glas kaputt und dann ist das wiedergekommen Krass! Wann hier wisch? Ich hab mich voll verlaufen Ich werd im letzten Fall aus dem Spiele... Dingens rausgeholt werden Ich weiß gar nicht wo Polis Maza ist Ja, ich auch nicht Und von der Galaxie Warte und ich Kabel, Kabel! Nein! Nein! Kabel, Kabel! A-B-Kabel! 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 Leon, hast da ne Kanate hier? Hä? Die Käpt'n zwei komische... Klone hinter ner Ecke! Aber hier ist die, man! Ja, läuft bei den... Warum schießt da wer gegen die Fenster? Ja, weil ich darf ja keine Commandeposten sein Ja, danke, meiner A-B-Kabel! 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 nicht gegen uns als viele sind da zwei ja wir beide waren geschützt Mannschaft hatte wie hier alles wackelt Alter das unnormale das ist voll krass Mann ich komme immer gegen ein Bildschirm ich habe immer so eine Sekunde so ist da unten dieses Kabel Following Schreckenwurst die KIs sind so dumm die laufen alle aus dem Raum raus aus dem Safe Team wer hat da Musik an? die höre ich da wusste ich es doch dann stirbt ihr zwar übel drauf aber man kann auch übel draufhauen ne Lenner? fuck scheiße wie Daniel lacht ja Tim, du kannst gut schreien Fransch, du kannst gut schreien Tobias, gib ihn Geil Nein, verbinden Ey, was soll das? Ich hasse Verbindung Ja, der darf sich nie wieder verbinden Oh du Ah Junge, ich kann nicht schießen Hallo, hallo, hallo Ey, ich konnte nicht schießen Ja, ja Weißt du, das war Leitung Ich hab doch durch den Wegstuhl gedrückt Hast du gesehen, Lenner? Hast du meine Wiederholung gesehen? Ja, jetzt geht's Nur deine Mutter ist die Beste In Star Wars Battlefront 2 natürlich Worin dacht du denn, Lerd? Nora Boah, ich komm immer gegen ein Bildchen, wenn ich meine Maus hochhebe Tut mir leid, Leon Einfach Ränder drücken, dann kann man nicht Boah, ich bin grad in die Atmosphäre da gegangen Stört man aber nicht direkt, Daniel Ne, ich weiß Eine Schinken, wo ist? Was ist eigentlich euer Liebsterakter bei Star Wars so? Obi-Wan Kenobi Ich 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 will aber vorkommen Doch ich Ich spiel, doch ich spiel im Partei 7 mit Was denn? Das Nein, da Nein, da Nein, nein, da gibt's dann so, da gibt's dann so einen Rückblick von Anakin Skywalker, da spiel ich dann Anakin Skywalker Nein, wir sind voll gut, ihr seid voll scheiße Immer so Da haben wir fast 150 Films vorschubt Ihr seid ja auch ihr Also Kommt Das reißen wir jetzt Nein, könntest du ihm nicht Ja, aber Tim könnte das auch nicht reinschreiben Weil er nicht immer, Tim ist doch nicht bei meinem Team, du voll Ja, nein, geht nicht Ja, auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Ich hab Leonard, wie viele Kills hast du? Ja, aber ich schreibe mal die Ach, Leon, du mit deinen Scheiß, Dana Ich bin Brammen Was? Deine Mutter ist Brammen, der Lennart nimmt euch grad alles ein Sauber, Lennart Wenigstens ist meine Mutter fame, Daniel Wir waren voll gut und das war's von dieser Folge des Now Us Battle von 2 zusammen mit Was für ihr ward gut? Gucken auf die Kathi Das war ein Scherz, das war Ironie Ja, bei dir war's Wenn's euch gefallen hat, dann könnt ihr ja eine Wusse bleiben und dann sind ja nie gerne gesagt warum und schön Tschüüüüüüüss